Guten Morgen aus Mittelhessen an diesem 23. Januar. Aus für Friseurausbildung in Dillenburg, Tierheim Marburg an seinen Grenzen und Ladensterben in Wetzlar. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Werden in Zukunft keine Friseure mehr in Dillenburg ausgebildet. Wegen des Schulentwicklungsplans des Lahn-Dill-Kreises und der Berufsschulreform des hessischen Kultusministeriums ist der Berufsschulstandort Dillenburg im Bereich Friseurhandwerk in Gefahr. Ein Aus würde bedeuten, dass Auszubildende zukünftig Strecken von 40 bis 50 Kilometern auf sich nehmen müssten, um ihre Berufsschule zu erreichen. Eine Folge davon wäre wiederum, dass sich der Fachkräftemangel vermutlich weiter verstärken würde. Doch was kann getan werden, um die Pläne abzuwenden? Kann man da nicht eine Petition starten? Fragte Friseurmeister Lino Ullizzo. Geplant ist, dass sich Friseurbetriebe weiter vernetzen und zusammenschließen, um den Wegfall des Standorts zu verhindern. Das Marburger Tierheim platzt aus allen Nähten. Steigt die wirtschaftliche Not im Land, dann bekommen das auch die Tiere zu spüren. Immer mehr Hunde, Katzen und Kleintiere werden von ihren Besitzern im Tierheim abgegeben. Oder sie werden einfach ausgesetzt und ihrem Schicksal überlassen. Die Zahl dieser Fälle steigt dramatisch, beobachtet Maresi Wagner, Leiterin des Marburger Tierheims. Und nicht nur Inflation und höhere Kosten sind die Ursachen. Jetzt zeigen sich auch die Folgen unüberlegter Tieranschaffungen während der Corona-Pandemie. Manches Tier, das ins Haus kam, als das soziale Leben eingeschränkt war, wird nun von seinen Besitzern als lästig empfunden. Es passt nicht mehr in den Alltag und landet im Tierheim. 120 Tiere betreut das Marburger Tierheim im Durchschnitt. Es können aber in Zeiten hoher Auslastung bis zu 160 sein, so Wagner. Die Verweildauer steigt, von den 18 Zwingern für die Hunde sind 10 mit schwer vermittelbaren Dauergästen belegt. Das engt den Spieltraum ein. Und bei den Neuzugängen gibt es immer mehr verhaltensauffällige Hunde, stellt Wagner fest. Wer derzeit durch die Straßen in Wetzlar schlendert, der wird unweigerlich feststellen. Viele Ladengeschäfte suchen aktuell nach einem neuen Mieter. Kleinere Bekleidungs-, Dekorations- und Geschenkeläden verschwinden still und heimlich von der Bildfläche. Einige davon stehen bereits seit vielen Monaten leer, andere erst seit diesen Tagen. Seitens der Wirtschaftsforderung wird diese Entwicklung genau beobachtet und dokumentiert. Eine sogenannte Leerstandsanalyse schließt dabei die Bereiche von der Bahnhofstraße bis zum Domplatz ein. Das aktuelle Ergebnis zeigt, zum 13. Dezember 2022 standen insgesamt 23 freie Geschäftsflächen zur Verfügung. Diese verteilen sich auf die Altstadt, 9, die Langgasse, 7, den Karl-Kellner-Ring, 1, die Brückenstraße, 3, sowie die Bahnhofstraße, 3. Im Vergleich zum Vorjahr insgesamt 15 Leerstände ist das eine Steigerung von rund 50 Prozent. Das Wetter ist immer eine ambivalente Angelegenheit. Das gilt vor allem für den Winter, wenn es kräftig schneit, sowie am Wochenende in unserer Region. Sogar in Limburg bildete sich eine geschlossene Schneedecke, was eher selten vorkommt. Während Erwachsene beim Spazierengehen die Winterlandschaft genießen konnten und Kinder mit ihren Po rutschen und Schlitten den Pausberg an der Franz-Leuninger-Schule von Mengerskirchen bevölkerten, kam es auf den Straßen zu zahlreichen Verkehrsunfällen, manche zum Glück nur mit Blechschäden. Aber es gab leider auch mehrere leicht und schwer verletzte Autofahrer. Selbst Räumfahrzeuge bekamen ihre Probleme. Die Polizei weist auf einen Unfall am späten Freitagabend in Lindenholzhausen hin. Egen 21.30 Uhr war ein 37-jähriger Mann mit einem Räumfahrzeug in der Schubertstraße in dem Limburger Stadtteil unterwegs, um Schnee von der Fahrbahn zu beseitigen. Auf der abschüssigen Straße geriet er mit dem Fahrzeug ins Rutschen und kollidierte mit zwei am Straßenrand abgestellten Autos. In der Nacht auf Samstag um kurz nach drei nahmen Zeugen ein bis zwei Explosionen im Kaufpark Werder in der Straße am Kaufmarkt 12 war. Ein im Einkaufmarkt befindlicher Geldautomat wurde gesprengt und komplett zerstört, wie die Polizei mitteilt. Kurz darauf wurden zwei Personen gesehen, die sofort mit einem dunklen Audi A6 auf der B3 in Richtung Gießen davon fuhren. Erste Fahndungsmaßnahmen wurden eingeleitet. Die Höhe des erbeuteten Bargeldes steht zurzeit noch nicht fest. Entsprechende erste Untersuchungen und Ermittlungen, bei denen Entschärfer des Landeskriminalamtes beteiligt, waren, ergaben, dass offenbar Sprengstoff benutzt wurde. An dem Gebäude entstand ebenfalls Sachschaden. Das Mindesthaltbarkeitsdatum für Lebensmittel könnte bald abgeschafft werden. Der baden-württembergische Landwirtschaftsminister Peter Hauck hat vorgeschlagen, das Mindesthaltbarkeitsdatum für Lebensmittel abzuschaffen. Er hofft, dass dann weniger Essen weggeschmissen wird. In Hessen und Rheinland-Pfalz gibt es Zustimmung für die Idee. Dabei hat die Politik vorerst robuste Lebensmittel wie Reis oder Nudeln ins Auge gefasst. Ob auch weitere Lebensmittel von einer neuen Regelung betroffen sein könnten, soll noch geprüft werden. Das Mindesthaltbarkeitsdatum gibt an, bis wann Lebensmittel in einwandfreiem Zustand sein sollten. Das bedeutet, dass Geruch, Geschmack und Nährwert bis zu diesem Datum unverändert bleiben. Bei geschlossener Verpackung und richtiger Lagerung sind viele Produkte auch nach Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums noch bedenkenlos essbar, erklärt die Verbraucherzentrale. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf mittelhessen.de Gude Mittelhessen ist eine Produktion der VAM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und mittelhessen.de Redaktion und Produktion die NewsmanagerInnen der VAM Ihr erreicht uns per Mail an audio-at-vam.de Redaktion und Produktion